Moin Leute, was glaubt ihr euch wieder? Uns habe ich heute ein neues Video für euch. Wie ihr seht, ich bin hier gerade auf dem Craftronics MC.net Server. Das ist nämlich mein CDW-Server, welcher gestern released ist. Und ich wollte euch einfach mal innerhalb der nächsten Wochen eventuell ein bisschen zeigen, wie das ganze System hier funktioniert und generell euch ein bisschen hier zeigen, wie es funktioniert, weil wir nämlich hier auch unsere eigenen Ideen haben und diese, wie gesagt, einfach nur mit euch teilen möchte. So, auf jeden Fall, das ist hier Spawn, die man vielleicht sieht. Und hier spawnt man normalerweise immer ein Nerf- und Server-Joint. Das hier ist generell das Spawn-Bereich. Hier haben wir halt so ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel haben wir hier ein paar Admin-Shops, wozu wir gleich kommen. Hier auch unter anderem unser Case-Opening, wozu ich auch noch kommen werde, vielleicht auch in einem späteren Video mal gucken. Und hier haben wir so ein paar Informationen. Und zwar möchte ich euch einfach mal ein bisschen hier zeigen in dem Video, wie man hier überhaupt spielt und so weiter und so fort. Weil ich jetzt halt eigentlich mit Daily-Videos anfangen wollte und diese jetzt auch endlich mal bringen möchte, weil das Projekt jetzt halt online ist und mir das ziemlich viel Spaß macht. Und ich denke euch auch. Und das Ganze ist halt ein bisschen was anderes, als das auf Durchrasten oder auf Griefer-Games oder sonst wo. Genau, auf jeden Fall möchte ich es euch hiermit zeigen. Also, wir haben jetzt hier am Spawn unsere Grundstückwelt. Also das ist theoretisch direkt mit dem Spawn hier verknüpft. Unsere Intention ist damit halt einfach, eine fortlaufende Welt zu gestalten, wo man halt eigentlich sogar theoretisch aber nur immer weiterlaufen muss. Wir gucken mal, wie wir es hinbekommen. Aber ich denke mal, dass man da irgendwas Cooles hinbekommt. Also mit Slashland-Map zum Beispiel sieht man hier, dass man ein Scoreboard erhält und hier hat man eine Navigation so gesehen. Und zwar symbolisieren die roten Teile, dass die Grundstücke besetzt sind. Also das sind halt die jeweiligen Chunks. Dann gelb mit dem, da ist man halt Member, also man ist dort geedit, man kann nicht bauen und sowas. Und yours ist halt mein eigenes Grau, werden in dem Fall einfach Felder, welche aktuell noch frei sind. So, und zwar können wir jetzt ein bisschen hin und her laufen. Und zwar gehen wir mal, ups, ich fliege. Ja, egal, ich fliege einfach mal. Und zwar, wenn wir halt wie ein normaler User hier ein bisschen weiterlaufen. Sehen wir hier schon, da haben wir ein paar freie Grundstücke. Allerdings möchte ich es noch nicht kaufen, weil man da drumherum nichts mehr kaufen kann. Auf jeden Fall ist das hier mein zweites Account-Grundstück. Dort spiele ich halt ein bisschen den Stream. Und mit Slashland-Info können wir halt sehen, wie man das gehört und sowas. Man sieht, es gehört als nette Injection, mein zweites Account. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg, dann sollten die ganzen Länder auch schon frei werden. Hier sieht man, ich bin mit dem Land hier bepartnert, also bin ein Member drauf. Und diese Pfeile hier symbolisieren halt immer die Richtung, in die ihr gerade schaut. Also hier kann ich theoretisch drauf bauen und reingucken in die Kisten und sowas. Ne? Genau. So, also ich denke mal, wir gehen weiter. Hier haben wir zum Beispiel ziemlich viele freie Grundstücke. Und wir können jetzt hier einfach mit Slashland-Buy unser Land kaufen, wenn wir es gefunden haben. Das heißt, hier können wir im Endeffekt unser Land kaufen und das dann einfach ausbauen. Genau. Land-Info sehen wir halt nochmal, wie unser Land aussieht. Mit Slashland haben wir so ein paar generelle Befehle. Wichtig ist, wenn ihr noch weitere Informationen zu dem System erhalten wollt, könnt ihr einfach hier auf unser Forum gehen und mal schauen, wie das System genau funktioniert. Auf jeden Fall können wir Leute adden mit Slashland-Add und dann der Spielannahme, wenn wir halt jemanden zu unserem Grundstück adden möchten. Oder wir können auch unser Grundstück einfach verkaufen mit Land-Sale. Zum Beispiel das Holz mit Stolz. Dann nämlich 10 oder sowas. Aber unsere Region ist aktuell nicht verfügbar, deswegen können wir es leider hier noch nicht verkaufen. So, zum Spawn können wir mit Slash Spawn. Und jetzt gucken wir mal weiter. Wir können wieder unser altes Scout-Bot reinmachen, indem wir auch wieder Slash-Map eingeben. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir jetzt hier noch unsere Admin-Jobs, welche wir halt auch nutzen können. Und zwar, um was zu kaufen, müssen wir einfach rechtsklick machen auf das jeweilige Teil, dann kann man irgendwas kaufen. Wenn wir es wieder verkaufen wollen, einfach wieder links klicken, dann haben wir es verkauft. Ich denke mal, das ist ziemlich logisch. Wir können auch natürlich eigene Chest-Jobs erstellen. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich irgendwie... Okay, ich habe also kein Grundstück entstanden gerade. Man kann auf jeden Fall noch eigene Chest-Jobs erstellen. Das kann ich euch jetzt gleich direkt nochmal zeigen. Oder das zeige ich euch einfach mal jetzt sogar. Ich werde mir da einfach mal ausnahmsweise hier im Spawn-Sum-Plot schnappen. Und zwar können wir einfach in die erste Zahl der Chest-Jobs eintragen und dann einfach auf Fertig klicken. Dann sehen wir hier schon, please drop the item you want to sell. Dann steht hier schon direkt, wir sollen einfach mal in den Chat schreiben, wie viele wir davon verkaufen wollen. Ich möchte mal im Fall 16 Stück verkaufen, für zum Beispiel, keine Ahnung, 18 Dollar. Und ob andere Spieler die Sachen auch verkaufen können bei mir im Shop. Wenn ja, tippen wir es ein, dann hier den Preis einfach. Und jetzt sollen wir noch eine Kiste darunter platzieren, um das Setup hier abzuschließen. Und wir sehen, wir haben es aus einem Admin-Shop, beziehungsweise wir haben es aus einem normalen Shop gemacht. Kein Admin-Shop. Und bei diesem Shop ist es halt Besonderheit, dass wir den nachfüllen müssen. Und zwar geht das halt wie folgt, indem wir es einfach hier draufklicken und hier können wir einfach Schilder reinpacken. Und dann wird es das Ganze halt updaten. Oder besser, können Spieler dann einfach hier das Ganze kaufen. Solange bis unser Bestand halt einfach leer ist. Ja, das war es im Endeffekt. Auch wenn ihr einfach euer Chester weghaben wollt, hier das Schild zerstören. Und dann war es das Ganze. Oder mit dem Block dahinter zerstören geht auch. Und ihr müsst halt gucken, wie ihr es am besten machen wollt. Gut, an sich war das auch erstmal mein erstes Video für heute. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch ungern einfach die Videos auf 10 Minuten strecken, weil, keine Ahnung, macht einfach keinen Sinn für mich. Ich möchte es halt einfach nur so machen, weil es halt übel für Spaß macht auch. Vielleicht merkt man es. Also mir macht das Projekt hier verdammt viel Spaß. Weil es halt einfach was komplett anderes ist. Ich habe noch nie wirklich Erfahrung mit City Builds-Server gehabt. Und es ist halt wirklich was komplett anderes, als man es so von anderen Servern kennt. Und deswegen ist es auch nochmal 4SR, wie ich finde persönlich. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber, wie gesagt, der Server ist halt noch nicht final. Auf jeden Fall nicht. Also wir haben noch so viele Ideen, welche wir umsetzen werden, dass wir halt noch bis zum nächsten Jahr was zu tun hätten. Aber, wie gesagt, das wird alles funktionieren. Und das wird alles noch irgendwie später seinen richtigen Lauf finden. Falls ihr irgendwelche Ideen noch oder ähnliches habt, könnt ihr diese gerne einfach mal in den Ingame-Chat äußern. Beziehungsweise im Forum einfach auch äußern. Ich denke, das sollte dort kein Problem sein. Und somit wünsche ich allen, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Falls ihr noch auf den Server joinen wollt, würdet ihr euch freuen. IPs unten in der Videobeschreibung und einmal im Titel, denke ich mal. Somit wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns und ciao.